Unser Stadion, unsere ganze Infrastruktur ist sozusagen unser Klassenzimmer, etwas einzigartiges. Die Studierenden befinden sich genauso in den FIP-Räumen wie auch in den Umkleideräumen der Lizenzmannschaft. Hier ist Fußball, hier ist Sport fühlbar und erlebbar. Und was natürlich wichtig ist, dass wir überragende Dozenten anbieten, Dozenten, die Fachleute sind aus dem Geschäftsleben, aus dem Bereich der Wirtschaftsprüfer, aber insbesondere natürlich auch aus der Welt des Sports. Und ich darf schon heute so viel verraten, wir werden ganz tolle Referenten haben.